Matthäus 14, Vers 22-33 Gleich darauf drängte er die Jünger ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, war er allein dort. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen. In der vierten Nachtwache kam er zu ihm. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Doch sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte, Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus erwiderte ihm und sagte, Herr, wenn du es bist, so befiehlt, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er begann unterzugehen, schrie er, Herr, rette mich. Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und als sie ins Boot gestiegen waren, Das ist mein Boot. Wer es noch nicht wusste, ich fahre leidenschaftlich gerne Boot. Kajak eigentlich. Dieses Kajak kann man besegeln. Ich habe es schon seit 18 Jahren. Aber es ist eigentlich viel älter, es ist ungefähr fast 40 Jahre alt, dieses Boot. Und es ist total super mit diesem Boot, vor allem am Meer, im Urlaub, so bei einer schönen Brise Wind dahin zu fahren, die Sonne zu genießen, das Meer zu genießen, die Landschaft zu genießen, ab und zu mal den Anker rausschmeißen, reinspringen, schwimmen, weiterfahren, zurückfahren. Das ist für mich Entspannung pur. Bei einer schönen Brise ist das eine tolle Sache. Wenn es aber ein bisschen böig wird, wenn es stürmisch wird, wenn es welliger wird, dann macht es keinen Spaß mehr. Dafür ist das Boot nicht ausgelegt. Es ist ja eigentlich ein Kajak, wenn man es besegelt. Also wenn es stürmisch wird, dann gilt es, möglichst schnell, möglichst bald an Land zu kommen, auszusteigen. Sonst könnte man auch schnell kentern. Und es ist dann weniger lustig. Sturm. Und damit bin ich bei der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Es ist ja eine Geschichte, die ihr alle kennt, die meisten von euch kennen. Geschichten aus der Kindheit, Kindergottesdienst, Kids-Treff, Bilder ausgemalt, Petrus läuft auf dem Wasser. Ihr kennt sie, diese Geschichte. Wir wollen mal sehen, ob wir heute noch mal was Neues entdecken in dieser Geschichte, die ja so alt ist, die wir alle kennen, die die meisten von uns kennen. Weil ich glaube, man kann doch noch eine Menge über Jüngerschaft lernen aus dieser Geschichte und über Jesus. Und der Titel dieser Predigt lautet Vom Wagnis auf dem Wasser zu gehen und der Titel Was zeichnet Menschen aus, die auf dem Wasser gehen? Petrus und seine Freunde steigen nach einem anstrengenden Tag ins Boot. Wir haben vorhin kurz gehört, was liegt hinter ihnen? Ein ganzer Tag, wo sie mitgeholfen haben, 5000 Menschen satt zu kriegen, auszuteilen. Und dann steigen sie ins Boot. Alleine, also ohne Jesus, weil Jesus sagt, geht ihr mal alleine. Ich möchte noch ein bisschen für mich sein. Nun, das ist für die Jünger nichts Außergewöhnliches. Einige sind Fischer. Petrus war ein halbes Leben lang zur See gefahren, könnte man sagen. Also in den Booten gesessen. Kein Problem. Ab ins Boot. Und los geht die Fahrt. Allerdings nicht so, wie sie gedacht haben. Es kommt ein Wind auf, es kommt immer mehr Wind, es kommt Sturm auf. Wellen schlagen ans Boot und irgendwie, es wird Nacht und dunkel und irgendwie wird das Ganze doch ein bisschen spooky. Okay, warum? Sie sehen da so eine Gestalt plötzlich auf dem Wasser und die Jünger meinen, es ist ein Gespenst. Und sie schreien vor lauter Angst, heißt es. Ein Gespenst. Und ich habe mich gefragt, warum haben die Jünger eigentlich nicht gemerkt, dass es Jesus war? Also jetzt haben sie schon so viel erlebt mit ihm. Gerade eben ein Wunder mit 5000 Broten und andere Wunder. Also was liegt da nahe, als zu denken, wer soll es denn sonst sein? Außer Jesus. Es ist interessant, es gibt mal noch eine andere Geschichte, wo Jesus auch nicht erkannt wird. Die sogenannte Emmaus-Geschichte. Da gehen Jünger nach dem Tod von Jesus nach Emmaus und Jesus läuft neben ihnen her und das heißt, sie erkannten ihn nicht. Und ich glaube, diese beiden Begebenheiten wollen uns eins deutlich machen, dass es nämlich manchmal Augen des Glaubens braucht, um zu erkennen, dass Jesus da ist. Wie oft tun wir uns so schwer, in unserem Leben Jesus zu bemerken oder zu entdecken, vor allem dann, wenn Wellen und wenn Angst über uns hereinbrechen. Wenn Zweifel auf uns einprasseln, dann Jesus zu entdecken, ist echt herausfordernd. Was auch interessant ist oder bemerkenswert ist ja, die Jünger gehen auf den Wunsch Jesu hin, ins Boot, sie steigen da rein. Es heißt eigentlich, er drängte sie, er nötigte sie, ins Boot zu steigen und rüber zu fahren. Und demnach ist gehorsam Jesus gegenüber noch lang keine Garantie dafür, dass wir in Schwierigkeiten geraten können. Nicht wahr? Die Geschichte lehrt uns, dass Jesus immer wieder auch zu Zeiten kommt, wo wir es nicht erwarten, wo wir nicht damit rechnen. Nachts um drei, stürmische See und Jesus ist da. Kein Einzelfall. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass Gott gerade in menschlichen Katastrophen oder menschlichen Extremsituationen zu so einem Treffpunkt macht mit uns Menschen. Nehmen wir nur Mose. Mose musste fliehen, weil er als Mörder verfolgt wurde, musste aus Ägypten fliehen. Dann sitzt er da in der Wüste ohne Volk, da brennt dieser Dornbusch und Gott begegnet ihm und gibt ihm seine Mission, seinen Auftrag. Nimm Elia. Elia musste fliehen, hatte Todesangst vor der Königin Isabel, weil die wollte ihn töten. Er ist so verzweifelt, dass er zu Gott sagt, lass mich nicht mehr am Leben. Das macht gar keinen Sinn mehr. Und es heißt, Gott begegnet ihm in sanften Wehen. Nimm Hiob. Hiob verliert durch Katastrophen, Hab und Gut, Familie und Gesundheit und am Ende klagen ihn auch noch die Freunde an. Und dann begegnet Gott ihn in einem Sturm. Nimm Jona oder nimm Paulus und Silas aus dem Neuen Testament. Die werden ja misshandelt und ins Gefängnis geschmissen, weil sie missioniert haben in Philippi. Und dann fangen sie an zu singen und zu beten und dann gibt es ein Erdbeben. Und sie werden nicht nur befreit, sondern auch der Gefängnisaufseher bekehrt sich. Gott erweist sich als der lebendige Gott. Also in menschlichen Katastrophen und Extremsituationen sind immer auch Situationen, die Gott nutzt, um sich mit uns Menschen zu treffen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir in den Stürmen unseres Lebens uns die Sensibilität, uns die Offenheit, uns die Aufgeschlossenheit bewahren, dass Gott uns begegnen möchte. In einem Lied, in der Andacht, in der Predigt, in einem Gespräch, manchmal durch die Natur. Ich saß an dem Tiefpunkt meines Lebens alleine in einer Wohnung in Hamburg, eine Woche lang. Und wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ich saß auf dem Balkon, war so ein Park. Da fliegt so ein Sperling direkt vor mich. Und läuft da auf und ab, wie wenn nichts gewesen wäre. Und in dem Moment fällt das Bibelwort mir ins Herz, seht die Vögel an. Sehen nicht, sie ernten nicht und ich ernähre sie doch. Wie viel mehr bist du für mich? Gott hat so viele Möglichkeiten zu sprechen. Das andere gilt nämlich auch, wo wir nicht damit rechnen, dass Gott uns begegnen kann in den Stürmen unseres Lebens. Da können wir ihn auch verpassen. Es gibt die gleiche Geschichte bei Markus. Und Markus schildert oder beschreibt davon, dass Jesus eigentlich an ihnen vorübergehen wollte. Und auf einmal haben sie ihn gesehen und dann kam er zu ihnen. Er wollte eigentlich vorübergehen. Da ging es jetzt nicht um Hase und Igel, ich bin schneller dort. Sie haben ihn bemerkt. Deswegen ein erstes. Wer auf dem Wasser gehen will, er rechnet mit Gottes Gegenwart. Zwölf Jünger sitzen im Boot, haben Angst. Da kommt die Stimme, eine Stimme und sagt, fürchtet euch nicht. Wir wissen nicht, wie die zwölf reagiert haben. Waren sicher irritiert, waren irgendwie ungläubig, verwirrt, erstaunt. Wir wissen nur von dem einen, von Petrus, dass er drauf und dran war auszusteigen und zu Jesus zu gehen. Wenn er auch nicht sicher wusste, ob es Jesus jetzt wirklich ist, so ahnte er zumindest, das muss Jesus sein. Das muss Jesus sein. Und deswegen ruft er zu dieser Gestalt zu. Herr, wenn du es bist, dann heiß mich zu dir, komm und ich komm. Warum schildert Matthäus dieses Detail, diese Frage von Petrus? Wenn du es bist, heiß mich zu dir, komm. Ich glaube, weil es in dieser Geschichte nicht um den Mut zum Risiko geht, sondern um Gehorsam. Jesus hatte ihnen befohlen, er hat sie gedrängt, ins Boot zu steigen. Sie hätten es ja auch nicht tun können, aber sie haben es gemacht. Und nun stellt Petrus diese Frage. Es geht in dieser Geschichte auch um Gehorsam. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt. Immer wieder gilt es, zwischen einer echten Berufung von Gott und meinen eigenen Impulsen, meinen Wünschen zu unterscheiden. Mut allein ist am Ende nicht ausreichend. Es braucht immer auch Weisheit und die Fähigkeit zu unterscheiden. Es geht in der Jüngerschaft eben am Ende nicht um tolle Events. Es geht nicht darum, dass wir von einer Konferenz zu anderen, von einer Worship Night zu anderen, von einer Gemeinde zu anderen, von einem Auslandseinsatz zum anderen gehen, weil das so erbaulich ist oder weil das so toll ist, weil da so viele Menschen zusammenkommen und weil das so ganz anders ist wie in der eigenen Gemeinde. Darum geht es nicht wirklich, sondern immer wieder auch darum sicherzustellen, dass das, was wir tun wollen, auch für Jesus eine gute Idee ist. Wer also auf dem Wasser gehen will, kann zwischen Wünschen, eigenen Wünschen und dem Willen, dem Ruf Gottes unterscheiden. Nun, lasst euch nochmal mit in die Situation nehmen und stellt euch vor, ihr sitzt im Boot. Es ist Nacht. Die Wellen toben, der Wind pfeift um deine Ohren. Es ist alles ziemlich gefährlich und ziemlich beängstigt, was dich da ergreift. Und da erscheint plötzlich Jesus und lädt dich ein zum größten Abenteuer deines Lebens und sagt, komm, komm. Was wirst du machen? Boot oder Wellen? Bleiben oder aussteigen? Klar ist, wenn wir nicht aussteigen, werden wir auch nicht auf dem Wasser gehen. Wer auf dem Wasser gehen will, der muss aussteigen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist eigentlich dein Boot, in dem du sitzt? Unser Boot ist ja all das, worauf wir unser Vertrauen und unsere Sicherheiten setzen, wenn es im Leben stürmisch wird. Unser Boot ist das, was uns manchmal auch ein bequemliches Leben macht. Und was mich davon abhält, weil es so schön bequem ist, auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen. Unser Boot ist das, was uns davon abhält, Jesus in allem zu folgen. Und wenn du nicht weißt, was eigentlich dein Boot ist, dann kannst du dir einmal die einfache Frage stellen. Was jagt mir die größte Angst ein bei der Vorstellung, dass ich loslassen müsste und Schritte im Glauben hin ins Ungewisse gehen müsste? Vielleicht hast du vor Jahren mal eine Berufung von Gott erfahren und jetzt hast du eine Firma oder du gehst zur Arbeit, du hast Familie, du hast ein Haus, der angeschafft. Aber immer wieder holt dich dieser Gedanke ein, dass du deine Berufung verpasst hast und du fürchtest, dass es zu spät ist. Vielleicht bist du in einer Beziehung zu einem Mann, bist verliebt, aber von seiner Seite kommt nicht so viel Zuneigung. Er vermeidet Gespräche über die Zukunft, über Ehe will er gar nicht nachdenken. Und du hast irgendwie Angst, ihn zu verlieren, wenn du ihn mit deinen Gefühlen und Gedanken konfrontierst. Dein Boot ist nicht wirklich sehtüchtig, es ist eigentlich ziemlich morsch, aber du traust dich nicht auszusteigen. Vielleicht ist dein Boot dein Vater. Du machst alles, um deinen Vater zufriedenzustellen und irgendwie glücklich zu sehen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Und der Gedanke, ihn zu enttäuschen, macht dir unglaublich Angst. Seine Meinung und seine Zustimmung ist im Grunde dein Boot. Auch beruflicher Erfolg kann ein Boot sein. Mein Boot ist, dass ich gerne mein Eigentum um mich herum für mich habe und mich schwer zu loszulassen, zu teilen, zu geben, zu verschenken. Weil ich Angst habe, vielleicht zu kurz zu kommen. Was ist dein Boot? An welcher Stelle schreckst du davor zurück, Gott ganz zu vertrauen? Weil das Boot zu verlassen, das kann einer der herausforderndsten Vorhaben deines Lebens sein. Aber wenn wir auf dem Wasser gehen wollen, dann müssen wir das Boot verlassen. Wer auf dem Wasser gehen will, der muss aus dem Boot aussteigen. Nun, Petrus steigt aus dem Boot. Ja, er wagt es. Wahrscheinlich zögerlich, aber er wagt es. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger im Boot Petrus anschauen und sagen, naja, wir kennen Petrus schon, der hat schon immer den Mund sehr vollgenommen. Jetzt sind wir mal gespannt. Und Petrus steigt aus dem Boot und tatsächlich trägt ihn das Wasser. Und er macht Schritte hin zu Jesus. Und dann passiert es. Er hört den Wind um sich herum, er sieht die Wellen um sich herum und denkt sich, wahrscheinlich im Bruchteil von einer Sekunde, was habe ich mir nur dabei gedacht. Bin ich bekloppt oder was? Aus dem Boot auszusteigen. Macht kein Mensch. Macht doch kein Mensch. Also eigentlich hat sich ja nichts geändert. Die Jünger sitzen im Boot und schauen den Petrus an. Die Wellen toben. Der Wind bläst. Jesus ist auch noch da. Es hat sich nichts geändert. Was sich verschoben hat, war der Blickwinkel von Petrus. Weg von Jesus, hin zu den tosenden Wellen und dem Sturm. Nun, manche Schwierigkeiten im Leben, die sind immer wieder erwartbar. Du fängst eine neue Stelle an, du bist neu, du musst dich einarbeiten, du kennst die Materie nicht, ein ganz neuer Bereich vielleicht, neue Kollegen. Das ist einfach nicht einfach. Es ist normal, dass es da auch mal Schwierigkeiten geben kann und dass du manchmal vielleicht auch daran zweifelst, ob du dafür geeignet bist irgendwie oder ob du dem das Wasser erreichen kannst. Also, aller Anfang ist schwer, heißt ja so ein geflügeltes Wort. So ist das. Wenn man neu anfängt, das läuft halt nicht gleich rund. Da muss man ein bisschen gucken, ob es passt. Am Ende kann es natürlich auch sein, dass es nicht passt, aber gewisse Schwierigkeiten sind eigentlich normal. Auch, dass unsere Welt im Grunde ja auch ein stürmischer Ort ist, ist auch nichts Neues. Wir brauchen bloß die Nachrichten anschauen. Wie der Sturm tobt. Überall. Eigentlich wissen wir es auch. Und da haben die Schwierigkeiten, die manchmal in unser Leben kommen, manchmal so eine Macht, so eine Dimension, dass wir total überrascht sind und voller Panik. Und wegen dem Wind und der Wellen steigen manche ja erst gar nicht aus dem Boot. Ja, weil, äh, lieber sicher. Lieber nicht aussteigen. Nur wenn man es mal nüchtern sieht, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, gibt es ja keine Garantie, dass du im Boot verschont bleibst. Diese Woche habt ihr sicher die meisten mitbekommen, gab es ein tragisches Unglück vor der Küste von Sizilien. Eine Mega-Jacht, 56 Meter lang, 22 Leute drauf, innerhalb einer Minute im Sturm untergegangen. In der Nacht. 15 Menschen konnten sich retten, sieben sind verstorben, mittlerweile geborgen. Tragisch. Es gibt keine Garantie, dass es dich im Boot auch erfassen könnte. Nicht erfassen. Der Kapitän hat wohl bei einer ersten Stellungnahme gesagt, wir haben das nicht kommen sehen. Ich glaube, wir kennen das, dass manchmal Stürme in unser Leben so hineinplatzen. Gerade noch lief alles super. Gerade war der Himmel wolkenlos, die Sonne hat gescheint, alles war gut, wir waren zufrieden. Und plötzlich Sturm, Rückschritte, Gegenwind, Hindernisse, Katastrophen. Es ist herausfordernd, das Boot zu verlassen. Ja, es ist herausfordernd, aber es liegt auch eine Gefahr darin, drinnen zu bleiben. Im Grunde ist alles riskant. Man kann nämlich auch im Boot an Stillstand und Langeweile zugrunde gehen. Die Entscheidung, aus dem Boot zu steigen und damit die Entscheidung für geistliches Wachstum im Glauben, bedeutet gleichzeitig immer auch, dass Ängste immer wieder kommen werden. Wir müssen jeden Tag neu aus dem Boot steigen. Die Jünger erleben den Sturm, sie sehen diese Gestalt auf dem Meer und sie haben Angst. Dann hören sie, habt doch keine Angst. Petrus steigt raus, nachdem er gehört hat, komm, sieht die Wellen und hat wieder Angst. Und dann sagt Jesus, hast du so wenig Vertrauen zu mir? Ja, meinen wir wirklich, dass das die letzte Situation war, wo Petrus nochmal Angst erlebt hat? Jesus sagt einmal, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt habt ihr Angst. Die Angst wird nie verschwinden. Warum nicht? Weil jeder Schritt aus dem Boot immer auch ein Schritt in ganz neues Land, in neue Bereiche ist und weil uns das immer herausfordern wird und beängstigen wird. Tolle Aussichten, was? Die Angst wird bleiben. Aber sind sie wirklich? Das sind wirklich tolle Aussichten. Denn nun können wir aufhören, verzweifelt zu versuchen, unsere Ängste als Christen irgendwie aus dem Leben zu drängen. Als dürften sie nicht sein. Es gibt ja Christen, die meinen, es darf keine Angst sein. Also wenn du Christ bist und Glauben hast, ist die Angst per se. Wenn du es noch nicht wusstest, Angst und Wachstum gehören immer zusammen. Angst und Wachstum im Glauben gehören immer zusammen. Nimm Mose. Was hatte er Angst und was war er verzweifelt, als Gott ihn beruft hat? Er fühlt sich schwach, er fühlt sich nicht zum Reden zuständig, Panik pur. Nimm Gideon, den Gott auserwählt hatte, das Volk vor dem Medianiter zu befreien. Fühlt sich total schwach, unwürdig, Angst und Zweifel. Nimm Maria, die Mutter Jesu, als der Engel kam. War sie irritiert und hatte auch ein Stück weit Angst, als der Engel ihr verkündet hatte, du wirst den Messias gebären. All diese Menschen noch viel mehr lernten, trotz ihrer Ängste, dass Gott sie gebrauchen möchte und gebrauchen kann. Am Ende hat er sie durch die Ängste hindurch, hat er dazu geführt, dass ihr Glaube in die Tiefe ging. Dass sie im Glauben gestärkt wurden. So wer Jesus nachfolgt, steht immer wieder vor der Entscheidung Bequemlichkeit oder Risiko. Bequemlichkeit oder Risiko. Die gute Nachricht dabei aber ist, mit jeder Entscheidung für das Risiko wächst die Wahrscheinlichkeit, dass du beim nächsten Mal wieder aussteigen wirst. Warum? Weil du Jesus kennengelernt hast, weil du mehr Vertrauen gelernt hast und erfahren hast. Die Angst wird nicht weniger. Die Angst wird bleiben. Aber du merkst auf einmal, dass dich die Angst nicht zerstören kann. Und daher, wer auf dem Wasser gehen, geht, rechnet mit Schwierigkeiten und akzeptiert die Angst als Preis für den Wachstum. Nun, hat Petrus in der Geschichte jetzt versagt? Könnte man ja denken. Irgendwie ist es auch so. Er sah die Wellen, er hat gezweifelt, er ist untergegangen. So einfach ist das. Aber wie ist das denn mit dem Versagen eigentlich? Versagen ist ja im Grunde nicht unbedingt jetzt nur der Umstand, sondern ist im Wesentlichen die Beurteilung eines Umstandes. Versagen passiert nicht einfach irgendwie und so, sondern hat mit dem zu tun, wie ich über das Ergebnis denke. Man könnte ja auch mal fragen, sitzen nicht die größten Versager hier im Boot? Die werden nur nicht so in den Fokus genommen, weil das war ja nicht so offensichtlich, die haben sich im Hintergrund gehalten, die haben sich nicht dieser Öffentlichkeit wie Petrus ausgesetzt, peinlich, schambesetzt, bis zum heutigen Tag, Petrus der Versager, oder habt ihr schon mal eine Predigt gehört über die Bootshocker? Auf der anderen Seite hat nur Petrus erlebt, dass er etwas gewagt hat, was menschlich gesehen eigentlich nicht ging, nicht möglich ist, eben auf dem Wasser zu gehen. Die Erfahrung, dass Gott beruft, dass er ihn auserwählt hat, dass er ihn befähigt hat, auf dem Wasser zu gehen und das dann auch zu schaffen, hat ihn sicher zutiefst geprägt bis zum Lebensende. Und sie wird auch uns prägen, diese Erfahrung einmal zu machen, ich konnte ein Stück weit auf dem Wasser gehen, wird dich dein Leben lang prägen. Und daneben wird Petrus auch nie vergessen haben, wie es ist in größter Verzweiflung und in größter Hilflosigkeit, von Jesus ergriffen worden zu sein. Der Hand. Nur Petrus hat das auf besondere Weise erlebt. Die anderen haben das nicht erlebt, die saßen im Boot. Nur Petrus hat erlebt, dass Jesus da war, im Sturm und dass er ihn gerettet hat, im Sturm und aus dem Sturm. Jesus hat ihm nicht nur physisch geholfen und ihn hochgezogen aus den Fluten. Er hat ihn auch zu geistlichem Wachstum geführt, hat die Dinge dann schon auch auf den Punkt gebracht. So wenig Vertrauen hast du, Petrus. Warum zweifelst du? Oder warum hast du gezweifelt? Und ich finde das so wunderbar, weil Jesus hier ganz seelsorgerlich mit Petrus umgeht. Er hätte es ja auch im Boot sagen können, bei den Jüngern. Jetzt hört mal zu. Petrus war ja allerhand, was du dir wieder geleitet hast, du Kleingläubiger. Er hätte ihn runterputzen können. Hat er nicht gemacht. Sie sind ja noch gar nicht im Boot. Also Jesus spricht sozusagen in den Wellen mit dem Petrus. Seelsorgerlich. Und Petrus lernt das eine, ob ich auf dem Wasser gehe oder ob ich untergehe. Kommt drauf an, ob ich mich auf Jesus konzentriere oder auf den Sturm. Und ich stelle mir vor, in irgendeiner Form hat Petrus das auch in der Theorie schon vorher gehört, an Sonntagsgottesdiensten mit Jesus rauf und runter. Aber jetzt hat er es hautnah erfahren, was es heißt, den Blick auf Jesus zu richten und zu erfahren, wenn Jesus rettet. Wie gut, dass Petrus ausgestiegen ist. Wie gut, dass Petrus ausgestiegen ist. Versagen und Wachstum gehören zusammen wie Angst und Wachstum. Die andere Seite der Medaille. Nur bringt jetzt Versagen allein noch kein Wachstum. Ob sich etwas in meinem Leben ändert, hängt entscheidend davon ab, von der Art und Weise, wie ich mit meinem Versagen umgehe. Sehe ich es als Niederlage und mache ich mich nieder? Was bist du nur für ein Idiot und kannst schon wieder nicht und hast ihn nicht gesehen? Oder begreife ich es als einen weiteren Lernschritt in der Nachfolge mit Jesus? Petrus hatte durch sein Wagnis eine Glaubenserfahrung gemacht und ist in eine enge Verbindung zu Jesus gekommen, die den anderen völlig fehlte. Und darin liegt vielleicht das größte Versagen in dieser Geschichte. Das hat den anderen gefehlt. Petrus hat viel gelernt. Er durfte wachsen durch das, was er da hautnah erlebt hat. Daher, wer auf dem Wasser geht, lernt aus seinen Fehlern und zieht Versagen als Möglichkeit zum Wachstum. Jesus sucht bis heute Menschen, die aus ihrem Boot aussteigen. Aber warum dieses Risiko eingehen? Ich glaube, weil es ein wesentlicher Weg ist, um im Glauben zu wachsen. Ich glaube, weil es auch Teil deines Berufungsprozesses sein kann, den Gott dich führen will. Und weil es dich davor bewahren kann, vor Stillstand und Langeweile im Boot sitzen zu bleiben. Aber das viel Wichtigere, glaube ich, was es heißt, auszusteigen aus dem Boot, ist, weil Jesus nicht im Boot ist, sondern auf dem Wasser. Jesus ist nicht im Boot, Jesus ist auf dem Wasser. Es mag da dunkel sein, es mag da sehr beängstigend sein, auf dem Wasser, es mag gefährlich sein, aber Jesus ist nicht im Boot, er ist auf dem Wasser. Der eigentliche Grund, warum Petrus auf das Wasser gegangen ist, ist, dass er bei Jesus sein wollte. Herr, wenn du es bist, dann heißt mich zu dir kommen, ruft er aus. Ich möchte dich fragen, wann du das letzte Mal aus einem Boot, aus deinem Boot ausgestiegen bist. Gott kann uns durch tolle Predigten inspirieren, durch ein Buch, das wir lesen, aber ich glaube, er gebraucht vor allem die Herausforderungen unseres Lebens. Verbunden mit dieser Aufforderung, steig aus deinem Boot, um unseren Glauben in die Tiefe zu führen. Wir neigen, ich neige meistens dazu, den bequemlichen Weg zu gehen. Hab gern alles unter Kontrolle, will mein Leben gerne auch selber managen, alles andere ist immer so ein bisschen unsicher, es kann ein guter Job sein, das können ja auch unsere Versicherungen sein, unsere Bankkonten, die uns suggerieren, es wäre alles sicher. Wir hätten es im Griff. Ich denke, seit Corona, seit Ukraine-Krieg, seit Krieg Israel, wissen wir, es ist im Grunde nichts sicher. Von heute auf morgen kann sich alles ändern. Der Aufruf, aus dem Boot zu steigen, steht ganz oft in Verbindung mit Krisen, mit Ängsten, mit Versagen, manchmal auch mit Leid. Und immer wieder auch mit Aufgaben, die unsere Fähigkeiten eigentlich übersteigen. Aber der entscheidende, der eigentlich wichtige Weg ist, um im Glauben zu wachsen, wer auf dem Wasser geht, erfährt eine enge Verbindung zu Jesus. Vielleicht gab es Zeiten in deinem Leben, wo du oft auf dem Wasser gegangen bist, wo du wie Petrus gesagt hast, Herr, ruf mich und ich komme. Du konntest deinen Glauben gar nicht für dich behalten, gegen alle Widerstände, du warst so brennend. Vielleicht bist du schon lange nicht mehr aus diesem Boot gestiegen, aus deinem Boot. Vielleicht hast du ein besonders schönes Boot. Sehr bequeme Liegestühle, Liegestühle, Autopilot, Stabilisatoren, damit dir nicht schlecht wird. Aber Jesus geht vorüber an deinem Boot und er sucht danach, ob du bereit bist, auszusteigen, Bequemlichkeit zurückzulassen. Und ich weiß nicht, was das für dich bedeuten mag. Für mich und uns als Ehepaar hat es vor einem Jahr bedeutet, Zelte abbrechen, Freunde, Gemeinde, Familie hinter uns zu lassen und nach Kreisheim zu ziehen. Ein Schritt aus dem Boot. Und ja, wenn wir aus dem Boot steigen, werden früher oder später Probleme kommen. Stürme werden kommen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und natürlich besteht immer die Gefahr, dass wir auch versagen, wo wir Risiken auf uns nehmen. Aber lass dir heute Morgen sagen, wenn du aussteigst aus deinem Boot, dann sind zwei Dinge sicher. Also solltest du versagen und das kann dir passieren, dann wird Jesus da sein. Er wird dich hochziehen. Du bist nicht allein in deinem Sturm. Er kann und er wird dich retten. Und ein zweites, du wirst die Erfahrung machen, ein paar wundersame Schritte auf dem Wasser gemacht zu haben. Schritte, die dein Glauben und deine Risikobereitschaft wachsen lassen. Schritte, die du nie vergessen wirst. Wir alle lieben ja Geschichten mit, wo Menschen davon erzählen, dass sie aus ihrem Boot ausgestiegen sind. Das ist immer so spannend. Und wir sind fasziniert, wenn Menschen ihre Lebensgeschichten erzählen und erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben im Sturm und wie sie es geschafft haben, auszusteigen. Das Problem ist nur, diese Geschichten führen in der Regel nicht dazu, dass dein Glaube Tiefgang bekommt. Zumindest nicht längerfristig. Sie begeistern, sie sind irgendwie erbaulich, aber sie werden deinen Charakter nicht verändern. Sie werden dein Glaubensleben nicht wirklich verändern. Verändern wird nur, wenn du es schaffst, aus deinem Boot auszusteigen. und Schritte zu gehen. Mutige Schritte. Amen.